Oh mein Gott! Let's go! Oh shit, wo bist du? Hier hinter dir! Paragraf 5721 Durch das Daumen hoch geben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Baski Leute! Mein Name Loaded Danny B-B-B-Burnage Willkommen zu einem Leute 1 gegen 1 hier auf meinem Kanal. Sag mal Hallo! Yeah! Lebt euch zurück und gönnt euch! Hefti Crush ist wieder hier. Heute habe ich Mr. Roboter bei mir. Hey, wie geht's euch? Oh shit, ich wurde gesnipet mit mir ins Gesicht. Herr Roboter, Sie haben auch schon letztens verloren, das ist Ihnen klar, oder? Ja, aber ich kann nicht snipen. Ich habe schon lange nicht mehr gesnipet. Das ist ewig her, dass ich gesnipet habe, Alter. Das ist alles eine Ausrede, er kann besser snipen als ich, der kleine Wicht. Ich wünsche, ich wünsche mir, dass du mir einen Song singst. Bitte, ich will meinen eigenen Song. Alles klar, ich sing dir gern einen Song. Danke! Let's go! Danke! Oh mein Gott! Let's go! Oh shit, wo bist du? Hier hinter dir! Ja! Wir spielen ein Eins gegen Eins. Ja! Du hast mich gesnipet. Woooo! Shit! Danny, du bist viel zu schlecht und du denkst du wärst gut. Oh shit! Hahaha! Du spielst nicht auf'ner 14er. Sensibilität. Dam, 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 dam. Du spielst normal und kannst nicht aimen. Du kannst nach Hause gehen. Yeah! Hey Danny! Ja, da, da! Du denkst du könntest spielen. Woooo! Trotzdem wirst du das hier verlieren. Oh, deine Freundin spielt sogar besser als du. Oh nein! Komm Digga, streng dich doch mal, oh streng dich an. Ich weiß, dass du es kannst. Du musst nur einmal besser spielen. Du schaffst das schon. Ja, ich mag dich so. Das kann ja kommen. Hahaha! Aber no! Das ist lustig. Benehm dir! Ich spiele gerne auf Newtown. Denn hier werd ich dich own. Ich geb dir eine auf's Gesicht. Doch danach fängst du an zu weinen. Ich hol einfach Pikachu. Du denkst, das wär' ein Witz. Hör auf zu lachen! Warte ab, bis er angreift. Dann kassierst du ein Gordner Blitz. Oh shit! Pikachu, ja er ist ein guter Freund. Gleichzeitig spielen, yeah! Halt die Schnauze! Oh, er gewinnt für mich dieses Duell. Shit! Ich hab ne Sohle! Hey Danny! Komm mein Freund! Du musst nicht weinen! Doch! Denn dieses Spiel ist nicht deins! Hä? Du hast das Leben! Vergesst nicht immer! Du bist ein guter Freund! Auch wenn du in Cod einfach nichts toppst! Yeah! Du bist einfach zu schlecht in Cod! Ah shit! Digga! Sag wie toll ich bin! Sag wie toll ich bin! Sag wie toll ich bin! Du bist so schlecht in diesem Spiel! Komm her! Jetzt snipe ich dich! Attacke! Donner! Nein! Ich bin besser als du! Niemals! Wo bist du du Noob? Wo bist du? Attacke! Shit! Allein! Nein! Aber Danny wo bist du du kleiner Fisch? Hier! Oh shit! Ich snipe dich! Oh! Digga! Oh dieses Spiel! Dieses Lied ist verdammt lang! Ja ist er auch! Nein! Egal let's go! Yeah! Oh yeah! Ich snipe gern! Doch ich kann das nicht so gut! Ich bin so glücklich! Yeah! Hey Danny mach mir mal Mut! Yeah! Oh nein! Lass es sein! Wenn du selbst nicht snipen kannst! Ich kann es aber! Das war alles nur ein Spaß! Ich weiß doch dass ich vergass! Dass du ein guter Freund bist! Ich liebe dich! Ja das klang jetzt gay! Doch ich find's okay! Pokémon! Yeah! Wow! Ich will noch eins! Noch eins bitte! Noch eins! Heute bleibt es nur bei einem einzigen! Oh man! Du darfst mich aber messern! Du darfst mich aber messern! Ja okay! Ey du darfst mich aber messern! Du kannst es gar nicht gewinnen! Niemals kannst du was gewinnen! Wenn ich traurig bin dann klinge ich immer so! Ah! Ich bin traurig! Sag deinen Abonnenten sie soll dieses Video positiv bewerten! Bewert für das Video positiv! Woo! Hahaha! Link ist in der Beschreibung! Seipty Crush! Check den aus! Er singt immer! Er ist immer noch im Singen! Alter ich hab keinen Bock mehr auf dich! Ich geh jetzt raus man! Ich werd das Video von heute hier stehen lassen! Vielen Dank fürs Zuschauen! Dieses Video zeigt wie PERREST du bist so like in dieses Video! Schau auf meinen Kanal vorbei um mehr Videos zu sehen die ich produziert habe! Und abonniere jetzt meinen Kanal um unsere Nation weiß vielleicht noch nicht! Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen! Und dann sag ich wir machen nur noch 3, 2, 1! Show! Ah! Crash! Fuck! Werder haben es nicht geschafft! Das sieht richtig aus! Dieses Auto kommt mir so riesig vor! Sind alle Autos von denen so riesig? Das kann ja nicht sein! Ich muss mal gucken ob meine Kinder auf dem Glück sind!